Willkommen zu einer weiteren Folge von Division Open Beta So, ich habe immer eingestellt Mit C kann ich jetzt Push-to-Talk machen Nämlich hört man mich jetzt gerade nicht Aber ich kann gegenfalls sprechen So wie in einem Fall wo es sagt Sorry, sorry, ich wollte das nicht, ich wollte das nicht Tut mir leid, tut mir leid Bitte nicht schießen Nächste So, wir schauen aber weiter, dass wir Loot sammeln können Ich würde einfach sagen, wir gucken mal hier rein Was es hier so gibt Anscheinend nix Da werden noch Lootstellen angezeigt Nämlich dort hinten Also gehen wir mal fix da hin und sammeln bisschen die Loot ein Aber immer ein Auge aufhalten So Wir haben ein Problem Gute Nacht Reiß euch zusammen Leute Wir machen den Flush Wir helfen nicht nach euch Oh Oh mein Gott Hallo, kämpfst du nicht fair? Fair kämpfen? Hallo? Ein gegen ne Armee? Wir haben noch gerade was gesehen Ja Ich bin nicht davon Ich hab's kapiert. Oh ja. Jetzt komm. 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 Immer dieser. Ich nehme den Versteck. Schön für dich. Die Sau ist sowas von tot. Wir müssen doch die abhauen. Warum kämpst du nicht fair? Oh. Warum springst du da? Oh, ich hab die Tasse gar nicht gedrückt. Hallo. Warum springst du da auch? Alter. Die Steuerung ist echt komisch. Wenn ich weg will von so einem Posten, dann würde ich mich nie wegziehen. Mir ist es. Wo kommen die jetzt auf ihm her? Wo kommen die jetzt auf ihm her? Toll. Da kommt man! Willst du noch sterben? Wow. Wenn du den Team vorneust. Komm schon mal. Krass. Mit mir schon mal. Krass. Krass. Du kannst da nichtavoir. Knall ihn ab! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also alleine ist das wirklich sauschwer. Aber ich kenne ja keinen Idioten, der mir folgt, der mit mir spielen will. Das ist bei mir so typisch. Das ist ja wirklich so. Als YouTuber hast du wirklich das Problem, du hast nicht genug Leute, um mal mit ihnen was zu spielen. Das ist ja genau besonders die Spiele, die du gerne mal spielen möchtest. Die Spiele, die du gerne mal auf YouTube oder Stream bringen möchtest. Es fehlen dir einfach die verdammten Leute. Immer und immer wieder. Ja, das ist unglaublich. Naja. Nochmal schauen, was wir jetzt so ein bisschen sammeln können. Ist aber echt selten mal und wirklich guter Loot dabei. Ja. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß? Warum stürmen die das so komisch vor? Ach ich stürme auf den Zug Und dann frage ich, woher kommen die ganzen Leute Auf einmal, bumm, hallo, hier sind die Leute Und ballern auf dich von allen, äh, von allen Ecken, ey Was ist das für ein Scheiß? Jetzt mal ehrlich Ich war gedeckt, ich hab geguckt Da war keiner, da war keiner, nur er Okay, ich schieb mal drauf, boop Ich weiß, ich werfe am besten Feuer, zehn Granaten, zehn TNT Vielleicht noch ein paar, fünf, sechs, sieben Paar Suchas mit rein Damit er vielleicht mal Schaden hat Ja, er erlebt gerade einen kleinen Rage Von mir Das kann wirklich nicht sein Du gibst dir die Mühe Na, ich hab schon die Hälfte verloren Komm, Schneller Geht doch Was? Da! Schon wieder! Nur weil die so eine dicke Panzerung ständig haben Komm raus Er versteckt sich doch Das ist für dich Nix da Ich schau ab Oh das ist ein Schutzraum Hier können wir uns nicht gut verstecken Finde ich Bist lange kein Abholen mehr gekommen, oder? Wir haben einen Alex! Wir haben einen Alex! Wir haben nichts mehr Vorsicht Jungs Steckt mich! Ich lade nach! Macht weiter Druck! Lass sie nicht zu Atem kommen! Das ist eine große Herausforderung! Komm raus und kent sie! Lass sie jetzt nicht locker! Lass sie nicht locker! Lass sie nicht locker! ja Ich kann mir den schön ein bisschen zeigen, hallo. Ich bin einer von euch. Wir halten uns am besten mal. Wir wissen ja nie. Und die nächsten spawnen. Wir haben keinen Schlüssel. Wie viele haben wir eigentlich am Platz noch? Es scheint ja noch Platz zu sein. Wir gehen mal hier raus. Es scheint ja nichts mehr da zu sein. Na alt. Na das Rotwild. Ist überhaupt was? Ich sehe bis jetzt noch nichts. Hier ist was. Ah, Gang C muss das sein. Oh, ja ja ja. 16 bis 18. Uh. Da geht es ja los. Mit dem Filter verstehe ich noch nicht so ganz. Obwohl da kontaminierte Zonen sind, kommen wir da locker rein. Da oben läuft ein Berg. 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 Ne? Ich trau dich nicht Wir haben nicht viel, deswegen können wir mal gucken Und was raus ist es raus Beginnen, Apollo Ich kann dich nicht 15 Sekunden Wir haben das Paket Paket gesichert, Abholung abgeschlossen Wir könnten ihn killen Ah, ich glaube die überlegen Aber erstmal ein bisschen Die Bösen zu spielen Ich habe eine Maschinengun, so ich werde 103 Rounds in Pain Nein, nein Nicht feindlich Dann kommen wir da am besten runter Na, ist du den Weg? Ich glaube hier irgendwie Kann das sein? Ja, hier ist ein Weg Zack Mal gucken, ob wir nochmal hier ein bisschen Action reinbringen Können Da ist ja jemand gesucht Ah, der ist da rein geflüchtet Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Nein, die sind alle da rein Und haben sich alle treffen lassen Wir sind jetzt alle Abtrünniger Naja, sagen wir mal Ähm Erst einmal Hier erstmal Schluss Komplett erstmal Äh Vielleicht spiele ich auch für mich erstmal so Noch ein bisschen weiter Wenn ich vielleicht eine Truppe habe Oder ich Lust habe Noch weitere aufzunehmen Zu wollen Und auch genug, äh Vorrat zu besitzen An Videomaterial, die ich euch bringen kann Dann würde ich es halt machen Vielleicht finde ich auch mal eine Gruppe Die ich auch gerne spielen möchte Und ich würde einfach sagen Wenn wir uns wiedersehen Dann würde ich sagen Bis dahin Tschüss